Hallo Booktube, ich bin Elena Tadi und auf meinem Kanal geht es um Bücher und ums Lesen. In den folgenden Videos werde ich euch meine Lesemonate und Neuzugänge vorstellen. Ich mache Rezensionen zu einzelnen Büchern und werde euch meine Top Ten Listen zu einem ausgewählten Thema zeigen. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, abonniert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke. Dann verpasst ihr kein neues Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis bald. Tschüss.